Wenn heutzutage ein Vortrag an einer deutschen Universität nicht von linksextremistischen Karotten gestört wird, ist das schon eine Meldung wert. So selten kommt das vor. Daher können Sie sehen, dass Deutschland inzwischen eine Irrenanstalt geworden ist. Wir werden hier völlig von Menschen drangsaliert, die mit Demokratie, mit Rechtsstaatlichkeit überhaupt nichts zu tun haben. Und diese Leute werden überhaupt nicht angeriffen, nämlich die linksradikalen Karotten. Das Ganze ist tatsächlich kein Witz. Es ist eine Meldung von der katholischen Nachrichtenagentur. Und ich zeige Ihnen das, weil man das selber kaum für möglich ist. Und zwar, israelischer Historiker hält störungsfrei Vortrag an Uni. Und das ist tatsächlich die Meldung, dass die linksradikalen Karotten nicht gekommen sind. Auch das gibt es in diesen Tagen an einer deutschen Universität. Einen weitgehend ungestörten Vortrag eines prominenten israelischen Gastes. Ein Auftritt des Historikers Moshe Zimmermann in Bonn ging problemlos über die Bühne. Das wird als so eine totale Besonderheit dargestellt. Und das ist tatsächlich die Realität. Ich meine, diese linksradikalen Karotten beherrschen heutzutage Deutschland. Sie beherrschen die Straße, weil sie auf keinen Widerstand stoßen. Die ganzen Politiker loben außerdem noch diese ganzen Linksdemos gegen Rechts, wo diese Leute da auftreten. Das ist denen völlig egal. Die haben überhaupt keinen Blick für diese Realität. Und die wettern natürlich, wenn Bauern plötzlich da Frau Ricarda-Lank blockieren. Aber das ist der Alltag. Das ist der Alltag an den Universitäten. Das ist der Alltag in den Straßen. Das ist der Alltag von Lebensrechtlern etc. Aber dafür, das interessiert den Politikern überhaupt nicht. Also so sehr, dass das inzwischen eine Meldung wert ist. Also das Ganze ist sagenhaft einfach. Ich lese ja kurz die Hintergründe, also die Sicherheitshintergründe. Weil die haben tatsächlich gerechnet, dass da Karotten kommen. Vor dem Hintergrund jüngster Vorgänger an manchen Hochschulen, also die Gemeinde ist natürlich Berlin, habe man moderate Sicherheitsmaßnahmen ergriffen und in Kontakt mit der Polizei gestanden, sagte die Geschäftsführerin des Zentrums für Religion und Gesellschaft an der Bonner Uni Barbara Lohse. Das Zentrum gehörte zu den Veranstaltern des Vortrags. Uns war wichtig, dass wir und auf alles vorbereitet sind. Dazu gehörte auch die Präsenz von Mitarbeitern des hauseigenen Sicherheitsdienstes vor und in dem Hörsaal, in dem Zimmermann hinter dem Pult stand. Und dann nochmal, wie lange werden die ganzen Politiker, Bundeskanzler, Bundespräsidenten oder so Leute wie zum Beispiel der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz einfach wegschauen und einfach ignorieren, dass diese ganze linke Gewalt existiert. Das ist denen völlig egal, das interessiert nicht. Warum? Weil das natürlich ganz in ihrem Interesse ist, denn sie haben nur noch einen Blick für diesen Kampf gegen Recht. Das ist das Einzige, was interessiert. Also da können Sie sehen, wie völlig durchideologisiert eigentlich diese ganzen Leute sind in diesen wichtigen Positionen. Das ist einfach unglaublich, das ist sagenhaft. Also diese Leute zerstören hier den Rechtsstaat. Diese Leute zerstören die Demokratie. Diese Leute zerstören einfach die öffentliche Sicherheit. Die zerstören die Versammlungs- und auch die Meinungsfreiheit. Und das ist allen diesen Leuten völlig egal. Das Einzige, was man machen darf, ist Kampf gegen Rechts. Und die Linkskaroten, die haben absolute Narrenfreiheit.